Wir haben auf eine Position verändert gegenüber das letzte Spiel mit Czaj und haben in der Raute gespielt. Wir hatten in den ersten 20, 25 Minuten nicht so einen Rhythmus. Wir haben zu viel mit langen Bällen gespielt, weil im Spiel ohne Ball die Organisation nicht stimmte, weil der Czaj aus meiner Sicht dann auch zu kompliziert gespielt hat. Auf jeden Fall hatten wir keinen Spielfluss. Hertha hat das natürlich gut gemacht bei Querpässen sofort. Die Räume zuzustellen war es dann schwierig und wenn ein langer Ball, waren die dann weg. Dadurch, dass wir dann nicht so in der Organisation gut umschalten konnten, die Räume zugemacht haben, hatten wir Schwierigkeiten. Ich finde, danach haben wir uns befreit, haben ordentlich gespielt, haben ein bisschen mehr Mut gehabt, war ein bisschen präsenter, weil wir dann auf die Flache 4 umgestellt haben mit Grunewetter und Adlung auf den Außenbahnen und Marco Kurt und Kruse Kruska im Zentrum.